Leute, heute sind wir zurück an der Freshen-Out-Folge Minecraft OneBlog mit all meinen Freunden, unter anderem... Verabschiedet dich schon mal, Gambo. Schmeißt Candy wenigstens noch hinterher. Mit meinem besten Freund, Dr. Wings. Aua. Not Gambo, Freunde, ich bin der... Kambo wollte nicht mehr an der selben Welt, ne. Natürlich ist Gambo auch mit dabei. Hallo. Und Candy auch. Hallo. Hallo. Wir spielen ganz normalen Warmblog. Ich hab die Maske auf. Ja, ich weiß. Kannst du mich erkennen? Oh, stimmt. Du bist gar nicht Candy. Tja. Andy. 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 Erster Block. Was war das denn jetzt? Alter Karmesinschnapp. Lol, ich hab ein Fett... Leute, erklärt mir das, was passiert. Was passiert hier? Wir bauen einfach diesen Block hier ab und wir machen das immer größer... Aaaaaaah! Das war's, Leute, das war's. Das war's mit der heutigen Folge. Das ist ziemlich hardcore, Leute. Hä? Was war's? Erklärt mir das mal. Was passiert hier? Wir müssen diesen... Wir müssen diesen Block... Aaaaaah! Gambo! Lina, du hast einfach den Block unter ihm abgebaut. Hab ich gar nicht. Hä? Jawohl. Ich schwör, ich war das nicht. Das war ich selber. Man baut den Block immer wieder ab und dann droppt der halt die Gegend... Aha. Also das, was der halt ist, droppt der dann. Ja, ja. Dann spawnt der und dann kannst du dir hier deine Öaah-Belle spawnen. Wow. Ich glaub, es können aber auch hier Mobs spawnen. Glaub ich. Oh, oh. Und irgendwann kriegt der ein Upgrade und dann kriegst du neue Blöcke. Was? Ich krieg gar keine Blöcke gedroppt. Die glauben wir alle. Sobald wir Wasser haben, müssen wir da drunter einen Block platzen. Gambo, geh mal ganz so zusammen mit dir. Du musst hier ganz so zusammen mal abbauen. Der richtet sich jetzt. Warte mal hier. Nimm mal die Sachen. Oha, oha. Ich baue das hier. Ohne Witz, wir progressen so schnell, weil wir einfach zu viert sind. Oh, man kann leider nicht sehen, wie viele Blöcke jemand abgebaut hat. Wie, du hast es geschafft. Hast du es geschafft? Ja, die Gambos Leiche. Was ist denn der richtige Block jetzt eigentlich noch? Ach, der hier. Ah! Entschuldigung, Gambo. Da ist mir die Hand ausgerutscht. Warte, jetzt können wir neben dich unten uns einen Weg machen, können da drunter einen Block platzieren. Damit es nicht mehr runter droppt. Ja, anders schlau, Ben. Gute Idee. Deswegen hat Ben fast einen Juraabschluss. Und hier nicht. Was lachst du da so dreckig? Leute, ich habe jetzt eine Axt. Ich bin für alle Holzfälle zu haben. Warum lachst du da so dreckig? Holz, mein Ding. Du bist weg vom Fenster. Hau rein. Aua! Nein, ich habe es ganz bewegt. Und Gambo eliminiert. Nein! Oh, jetzt ist Ruhe im Karton. Tut mir leid, Elina. Unfair! Gambo ist, glaube ich, gerade, der stirbt gerade im richtigen Leben. Ich habe eine Schaufel. Ich bringe das hier auf ein ganz neues Level, Leute. Das ist voll viel Holz aber auch, ne? Ja, ich habe aber auch eine Axt. Bam. Ich bin richtig schnell, Leute. Oh, das war schnell. Die ist anders, okay. Ja, zu viert. Okay, zu viert. Volle Power. Wenn wir jetzt alle ein Tool haben, dann ist es krank, oder? Oh ja, das wäre noch viel krasser. Ich will Holz. Ich brauche mal eine Kiste vielleicht jemanden. Oh ja, eine Kiste. Das ist, das ist, deswegen bist du hier. Das hat Gambo mit Absicht gemacht. Das stimmt nicht. Ambossstrafe. Am, was? Sobald wir Eisen haben, Ambossstrafe. Ich habe die erste Kiste gebaut, Leute. Mann, die Sachen droppen trotzdem runter. Nee. Nee, du bist gut. Die wollen dich nicht. Ich habe jetzt Axt, Spitzhackel, Schaufel. Und wie kann man das jetzt gewinnen? Du musst den so oft abbauchen, bis der sich upgradet. Und irgendwann kannst du dann halt ein Endportal bauen. Oh ja. Okay, dann brauchen wir Tools jetzt, Leute. Wir müssen das echt taktisch angehen. Wir sind, glaube ich, jetzt so in der Overworld, aber auch gleichzeitig im Nether. Ich verstehe das nicht ganz, aber sei es drum. Gambo, stell ich mich da drauf. Haben wir ja auch verschiedene Custom-Erfolge. Ich kriege gar nicht. Es gibt... Regina alle kriegt. Oh mein Gott, Leute. Es gibt verschiedene Erfolge, nur für OneBlock. Was? Ja. Ah ja, ich sehe es. Wir müssen ein Setzling bekommen, Leute. Ein Setzling? Aber wie soll man denn... Wir müssen... Nee, warte, es kommt... Hochstein craften. Nee, warte. Hochstein craften. Vielleicht mit vier Erde. Ah ja, vier Erde. Häh, Ben, du bist ja anders schlau. Häh? Warum bist du so schlau? Ach, schlau im Leben. Was, was, was? Du hast vier Erde und dann ist Bruchstein? Ja. Wie? Ja, aber wie kriegen wir ein Set, wo es Gambo? Häh? Manchmal, manchmal sind hier auch so Büsche drin, weißt du? Und daraus kann man ja vielleicht ein Setzling bekommen. Verstehe. Mach dir mal Tools, Gambo. Du bist du zu lahmarschig. Ich krieg nichts gedroppt. Das ist doch in der Kiste alles. Oh Mist, da war so ein Ding, aber das hat kein Setzling gedroppt. Boah, das Bruchstein, Junge. Wow. Stimmt, lass mal Bruchstein-Tools mal. Wir haben doch genug Erde bestimmt. Ja. Warum habe ich hier jetzt eine Schaufel gemacht? Ich habe sechs Bruchsteine. Boah, grobe Erde. Och Mensch. Achso, ich habe ja selber Erde. Haben wir jetzt eine Schaufel gemacht, Leute. Ja, ja, Schaufel und Axt brauchen, ne? So, pass auf. Macht ihr die Axt und wenn ich Schaufelsachen sehe, schaller ich durch. Okay. Oh, wir haben einen Fortschritt bekommen. Oh, wir haben irgendwas. Was haben wir bekommen? Was heißt das? Ach, stell eine bessere Spitzhacke her. Nein, irgendwer hat ein Setzling. Get a Zeppling. Irgendwer hat ein Setzling bekommen. Alter, wer hat den Setzling? Du. Du hast ihn in der Hand. In der Hand. Oh mein Gott. Hier, ich baue eh. Das war doch der Joe. Achso. Das ist jetzt meine Insel. Hey, Nina, ich habe Steintools. Mann, ey. Ich fand das, das war ein Schenkelklopfer. Ich will jetzt eine Steinscha... Ich habe meine Sachen behalten. Hör, ich dachte, es verliert die. Nö. Weiß nicht, ich habe die verloren eben. Ne, habe ich gar nicht. Siehst du? Oh, Nibner ist hier auf unserer... Moment mal, Leute. Das war ein Witz, Candy. Ich habe sie verloren. Bist du doof? Wirklich? Nö. Was ist denn jetzt? Hä? Hä? Ich habe... Oh, sorry, sorry. Pass auf, wo du hinschlägst. Okay. Hey! Hey, Leute, jetzt hört doch auf. Au, au, au. Aufhören. Oh mein Gott. So. Ich habe erstaunlich lange überlebt. Ui. Ah, 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 ah. Das ist wie wir beide zusammenwohnen. Was ist eigentlich unser nächster Erfolg? Da liegen so viele Leichen, Alter. Oh, jeder muss die Erfolg... Leute, lass zusammenarbeiten. Jeder... Oh, Mist. Ben... Aber warte. Wenn ich das hier jetzt abbaue, kriege ich dann den Erfolg auch? Ja! Ihr müsst alle mal den Setzling in der Hand halten. Ja. Dann kriegt ihr alle den Erfolg. Okay, ich habe ihn und ich werde ihn nicht mehr rausrücken. Oh, 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 oh. Ein Gliederhit. Oh, was braucht man jetzt? Wir brauchen Setzlinge, Knochenmehl und wir müssen Sandcraften. Ich vermute mal vier Bruchsteine, oder? Sand? Kriegt jemand die Sachen gerade gedroppt? Ja, ich saug das alles ein wie ein Dyson-Staubsauger. Boah, die guten. Ich brauche, äh... Nee, ich brauche nichts. Hab angetäuscht. Nee, okay. Vier Bruchsteine sind nicht ein Sand. Wie da ist denn vier Sand, ein Bruchstein? Wow, smart, Gambo. Anni, ich weiß nicht. Zwei... Und was ist vier Bruchsteine? Zwei Erde, zwei Cleanstone. Oh, ich weiß das Crafting-Rezept. Ich weiß es. Warte, ich mach einen Ofen. Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Ich hab einen Ofen. Nee, warte, warte, ich hab's. Also, Elina hat's. Elina hat's. Ein Like und ein Abo ist gleich ein mega geiler YouTube-Kanal. Wie clean war der Übergang, bitte? Wir müssen Axt nehmen. Ich hab Axt. Ich bin Team Axt. Wir brauchen drei Äxte, eine Schaufel, glaube ich. Ich hab die Schaufel. Nee, wir machen zwei Schaufeln, zwei Axt. Ben und ich, wir sind Team Axt, ihr seid Team Schaufel. Okay. Wobei Schaufel hat schon schnell Glück ist. Nee, guck mal, eine Schaufel reicht und das ist instant. Wir brauchen drei Äxte. Ja, warte. Dann ist Gambo jetzt alleine. Tut mir leid, Gambo. Passt schon, passt schon. Haben wir jetzt drei Äxte? Ja, meine Schaufel geht aber gleich schrottig. Ich muss hier gleich eine neue machen. Na warte, lass jetzt erst mal Sand craften. Oh, okay. Ich hab eine Schaufel, wir machen weiter. Oh, ich hab drei Setzlinge. Ich, ich, Boss. Bin richtig krass. Wir machen hier eine überkrasse Baumfahnen. Warum jetzt hier hin? Mhm. Wann upgradet das? Ich weiß, also, Odas upgradet doch immer eigentlich. Eigentlich? Also, muss ja. Wie sollen wir sonst an andere Sachen kommen? Vielleicht haben wir genug Erfolge haben. Oh, ja. Diese grobe Erde braucht auch kein Mensch. Ey, nicht tragen. Ich muss dich kurz wegwerfen. Habt ihr Erde, also normale Erde. Ja, hab ich. Ich werde hier komplett ignoriert von den Blöcken. Warte, stellt euch mal bitte alle hier hinter diese rote Linie. Okay. Doch, jetzt kriegst du. Warte, 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 warte. Der ist so ein Blöffer. Nein, nein, also Ken, die stand gerade hier. Eure Erde. Ich weiß nicht. Okay, Erde. Aber nicht die hässliche Erde, nur die normale. Ja, grobe Erde krieg ich da direkt. Ich seh's doch. Wieder grobe Erde. Cool. Achso, warte, ich hab hier auch nochmal. Normale Erde. Jetzt haben wir nämlich einen Ofen. Und dann können wir Cleanstone her... Ach, wir haben schon einen Ofen. Ich hab doch schon einen gemacht. Wir haben Duo-Bräter aus Versehen gemacht. Jetzt haben wir zwei Öfen. Duo-Bräter. Aber wie brennen wir das Cobblestone? Mit Holz. Let's go. Die größte Sünde eines Minecraft-Spielers. Ja, Mann. Holz, ehrlich. Geht ja nicht anders. Warte. Ben hat's gemacht. Was ist das? Tada. Ben hat's gemacht. Ben hat Sand gecraftet. Craftsand. Wow. Ich glaub, wenn ich's euch floppe, bringt's nichts. Wir müssen es craften. Doch, doch, nee, nee. Ah, doch. Nee, es geht. Hier, hört euch alle. Ich hab sogar noch was rausgefunden. Wow. Was denn? Ich hab einfach mal in Erde rein. Ein Erde in den Ofen? Nee, nee, ins Crafting-Feld einfach. Ach, ins Crafting-Feld. Ich hab keine Erde mehr. Äh, hier. Crafting-Feld, oh mein Gott, wie okay. Was? Overpowered. Wow. Oh mein Gott, was ist der nächste Erfolg? Seeds. Okay, das ist mir jetzt zu schwer. Das war's mit dem Projekt. Nee, Gravel gibt's jetzt und dann Iron. Was hab ich denn hier? Ich hab Moos. Och, Mann, ey. Kies macht man mit zwei Erde, zwei Bruchsteine. Also, easy, kann man sofort machen. Ich hab keine Erde und dann hat die ganze Erde. Seht ihr das? Seht ihr das, unsere Insel? Das ist der Candy. Ach so. Das war ich gewesen. Ich hab's verschönert. Ja. Ich brauche ein Erde. Ach, du brauchst ein Erde. Wir müssen sparsam mal mit unserer Erde umgehen, hab ich das Gefühl, weil irgendwann kriegen wir doch gar keine Erde mehr gedroppt, wenn die Erdphase vorbei ist. Da hast du vielleicht recht, aber weiß nicht. Ah, und wenn man Kies in den Ofen tut, kriegt man Eisen raus. Was? Eisen? Oh mein Gott. Wir können hier einen PvP-Fight machen. Oh, Leute. Wegen den Minecraft-Walds-Gewinner. Ja. Boah. Und wenn der Minecraft-Walds-Gewinner verliert, kriegen wir einen Tesla. Leute, ich hab Platz vier gewesen, glaub ich. Hä? Nee. Oder fünf. Du hast nicht erste Folge gestorben? Nee, 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 nee. Dann bist du, also auf Ernst jetzt? Ja, ich bin, Stani hat mich erledigt und dann war der Kampf zwischen euch allen, glaub ich. Oha. Weil ich war fünfter oder vierter sogar. Stark bin. Ähm, Kenny. Aber auch stark von dir, wenn du gewonnen hast. Danke. Ja, fand ich jetzt nicht so eine große Leistung eigentlich. Ich hab gegen zwei gewonnen. Stimmt. Also ich hab jetzt hier schon seit zehn Minuten kein Block mehr abgebaut. Ich würde ehrlich sein mit euch. Kein Problem, Mann. Ich baue jetzt. Wir brauchen, ah ja, da kommen noch Eisen-Klumpen raus. Jo, wenn man einen Clean Stone reinmacht, nur ins Crafting-Field, ein Clean Stone, dann kriegt man einen Button. Oh, wow. Wir brauchen ganz viel Keys, um wir Eisen-Tools machen können. Leute, ich mach jetzt was richtig Krasses. Erd- und Bruchstein. Ich mach jetzt was Ultra-Krasses. Ich baue mir jetzt eine Base. Pass auf. Jetzt kommt nämlich der Hammer. Erd- und Bruchstein mach ich. Bam, bam, bam. Das ist ja eine kranke Base. Welcher Ordnung. Danke, Ben. Das wird noch krasser. Okay. Ben, in welcher Anordnung für Keys? Also über Kreuz. Ich glaub links unten und dann rechts oben. Ja. Erde und die anderen, also ein Viereck jetzt. Und die anderen beiden Bruchstein. Ja, Bruchstein, Erde. Und wenn's so nicht ist, dann umgekehrt. Ersteht gar nichts. Dunge. Das ist dann nochmal komplett anders. Keiner hat was, was ich erzählen will. Links unten Erde. Ja. Rechts daneben Bruchstein. Ah, okay. Eins drüber Erde. Links daneben Bruchstein. Und wenn's nicht so ist, dann tauschst du ja. Ah, okay, okay. Ich hab's. Das geht. Ich hab vier Eisenklumpen, Leute. Ich hab 20 Gravel jetzt. wieder aus dem Ofen geglaubt. Hä? Nein, die hat, ohne Wissen, die hab ich. Ich hab das Kiste rein. Ich hab das Kiste rein gemacht, du Pferd. Hä? Ja. Ist wirklich so. Ja, das hab ich gesehen. Danke, Gambo. Ja, Gambo, Verräter. Gambo, komm jetzt ins Gefängnis. Ja, okay, komm. Dann stecken wir dich jetzt auch rein. Ins Baumgefängnis. Das hier ist das Gefängnis. Gambo, rein. Oh, what? Was für ein Wohr. Junge, ich hab den da anders reingezimmern. Ich bin eingesperrt. Tja, Ben, wo sind die Regeln? Bühne Gerichtsverhandlung. Officer Gambo hat entschieden. Officer Gambo? Officer Gambo. Officer Gambo. Und hat fast Anwalt Benjamin eingebucht. Wohl eher Officer Bambo. Hey, das nimmst du zurück. Junge, der beschwört hier was. Ja. Ohne Witz, pass auf. Ich hab hier nämlich ne Mod installiert. Da kann man wirklich jetzt hier was mit neun Mod spawnen. Das Ding geht krachen. Und zack. Alter, der ist krank. Ja. Junge, der sieht voll cool aus mit Shader. Das ist unser Golem jetzt. Der heißt Thomas. Candy ist so am try ab. Der Mann hat eine Mission. Ey, au. Näm, jetzt reicht's mir. Ich wollte dich nicht hauen. Jetzt reicht's mir. Nein. Richtig arbeitslos. Danke, Officer Gambo. Hey, Officer Gambo. Der hat mich einfach geschlagen. Ich küre mich selbst zum Richter. Und ich verurteile Officer Gambo zu drei Tagen Haft. Drei Tage? Drei Tage? Drei Tage? Drei Tage? Drei Tage? Oh mein Gott, drei Tage. Das ist schon viel, ey. Drei Tage. Aua, ich werd hier getötet. Polizeigewalt. Anwaltsgewalt. Aua, aua, aua. Hier in den Knast jetzt, du hässlicher Sä. Ey, Junge. Du bist im Knast, weil du hässlich bist, Gambo. Aua, aua. Ey, ich bin auch im Knast. Elina ist jetzt auch im Knast. Ja, jetzt bin ich auch hässlich. Du bist jetzt auch im Knast. Du bist auch hässlich. Alter, du hast ja sogar ne Tüte. Ja, wir sind alle hässlich. Wir sind hässlich und wir sind stolz. Wir sind hässlich und wir sind stolz. Candy hat mich in der Luft noch aufgefallen. Wir sind alle gemeinsam ausgebrochen. Wow. Jetzt lasst mich, ich muss weitermachen. Ja, okay, jetzt zieh durch. Ich habe ein klares Ziel. Ich höre erst auf, wenn der Enderdrache vor mir liegt. Also sind wir sicher, dass das Ding upgradet? Eigentlich muss es ja. Ich glaube nicht. Ja, ja, muss. Nee, muss ja nicht. Wir kriegen ja Eisen jetzt auch so. Ja, aber ich kenne das nur so, dass es so verschiedene Phasen gibt. Ja, aber man kann ja alles craften. Das stimmt auch. Nee, 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 das hat keine Phasen. Ja, gut. Ich gucke mal, ob man hier Setzling, nämlich Setzling. Wie heißt denn das? Samen. 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 Wie heißt es nicht Samen? Wie heißt denn diese Getreide? Körner, ja? Getreidekorn. Ah, ich weiß nicht, wie man die bekommt. Oh mein Gott, Ben, wer ist das? Guckt. Was? Nein. Das machst du. Nee. Jetzt hören wir auf. Dann haben wir ein weiteres Wasser. Farmer Joe, Farmer Joe, Farmer Joe, Farmer Joe. Farmer Joe, Farmer Joe. Ja, droppt ihn mal. Let's go. Ey, wir können jetzt eine Farm machen, Leute. Droppt ihn. Sie können. Bauernhof. Körner, Sätsling. Muggi guckt mich an, so verstört. Sambo, hör auf, mir die zu klauen. Du bist so langsam, Candy. Das war Ben. Candy, hör doch mal auf, mir jetzt alles zu klauen. Hört jetzt auf. Ich schmeiß euch beide runter. Hä, wer nimmt denn die da dauernd raus? Ich will auch den Erfolg. Das ist Gambo. Nein. Das ist Gambo. Es ist Guck, 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 Guck. Aber Candy, wie langsam drückst du bitte, frag ich mich? Candy, haupt du Satzling. Die werfe ich jetzt hier runter? Hier ist die. Ich klapp mir jetzt eine Hacke. Ich bin ein Zauber. Hey, come on. So, wie geht es weiter, Leute? Hier, unser erster Baum. Ich kann nicht aufhören. Kill eine Kuh. Du musst nie eine Kuh dabei hochnehmen. Ja, passt, jetzt geht's. Da brauchen wir Gras für. Dafür brauchen wir eine Kuh für, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich hab eine. Ja, und auf Grasbornkühe. Ach so, aber wir haben keinen Gras. Wie können wir einen Grasblock machen? Bisher hat Ben für uns alle Überlegungen gemacht. Können wir mit einem Moosblock was anstellen? Grasblock sehe ich hier nicht, gibt es nicht. Aber nicht brauchen. Wir müssen erstmal einen Iron-Barren bekommen. Also müssen wir so, ah, wir haben ja ganz viel. Warte, das war Key. Carry das Projekt hier so durch, Alter. Oh, du willst. Jetzt muss ich mal einen Eimer machen. Also wir brauchen drei. Einen Eimer? Wie viel Eisen haben wir bisher? Lass uns mal kräftig Holz hier rein scheppern, Alter. Ich scheppere. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Vielleicht wachsen unsere Bäume jetzt schneller. True. Ist das so? Ich glaube nicht. Ist auch nicht so. Warte, ich baue dir ein Dach über deinen Kopf. Oh ja. Wir haben einen zweiten Barren. Einen brauchen wir noch. Jawollski. Ich glaube, der Kies geht hier langsam. Alle. Da kieselt's. Diese kackgrobe Erde, wirklich. Kann man die für irgendwas benutzen? Vielleicht brauchen wir die später noch. Hat wer Erde? Ich habe mega viel Erde, Ben. Da ist ein Baum gewachsen. Let's go. Den baue ich sofort ab. Oder lassen wir den so auf netter Basis. So als Erinnerung. Das ist unser erster Baum. Unser erster Baum. Warte, der braucht ein Schild. Der braucht ein Schild. Jede wichtige Sache. Nee, nee. Hab ich wieder ran. Hä? Die hat sich wirklich ein Dach gebaut? Ja klar. Es regnet, Leute. Du hast doch eh schon eine Papptüte. Ja, die weicht uns ein. Die weicht uns ein. Du hast wieder gespart. Heute haben wir den 11. 27. Ich hab einen Eisenbarren. Rob mal. Ich hab keinen. Nein. Sag, dass ich der beste YouTuber bin. Autsch. Ey. Oh. Erstmal alles looten. Oh, nee. Der hatte nix. Hä? Oh, nee. Ist da jetzt mein Zeug drin oder nee? Gib mir mein Eis. Ja. 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 Ich mach nämlich einen Eimer. Da guckt er doof. Ja, ich guck hier richtig dumm. Oh, Rusty Bucket. Und jetzt brauchen wir, also ihr könnt ihr auch alle mal aufsammeln. Und jetzt brauchen wir was? Lava. Lava? Kann ich euch beim besten Willen auch nicht. Warte, ich hab einen Vermutung. Ich brauch den Eimer, bitte. Ach so, Entschuldigung. Warte, ich bin auf einer Mission. Wenn du's auf einer Mission. Aua, mein Kopf. Ja, wir brauchen ein Feuerzeug. Kendi, du hast es doch schon. Warte, warte. Du wolltest es klauen. Eisen, das heißt, wir müssen Kies brennen und einen Kies mal abbauen. Wie ging denn Kies nochmal? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Warte, warte, ich hab. Wir werden eh noch viel Kies. Mach mal einen Stack Kies und tu dir mal in den Ofen. Brauchen wir ganz viel Erde. Ja, ja. Richtige Erde. Ich denke, auch Gambo bunkert die Erde. Ey, Gambo, rutsch die Erde raus. Ja, ich hab hier nur Wurzelerde und ich hab drei Erde, kann ich euch geben. Ja. Ne, hä, was ist mit drei Erde? Hier, 34, der erste Slot ist noch Erde. Ich leg mir jetzt erstmal das Tierlexikon durch. Du hast dann auch einen Erfolg bekommen. Mhm, mhm. Gambo macht mich sauer, ich kann auch mehr auf den. Benjamin, nein, tu das nicht, wir sind Freunde. Warte, hier werden Erde. Ich bin auf den Baum gespawnt. Hier ist noch ein Baum. Ja. Wir können jetzt ein Baumhaus bauen. Leider nicht, nein. Da muss ich dich enttäuschen. Ich brauch drei Cobblestone. Drei Cobblestone. Ich brenne jetzt da übelst viel Kies. Ich brauch mal einen Feuerstein noch. Ich würde dir ohne mich machen, wir wären so verloren. Ja, wären wir auch. Da musst du dich in unserer Ecke. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab einen Steg gebaut. Du hast ihn, Ben, du hast ihn. Wofür ist das hier? Jetzt brauchen wir noch ein Eisen. Da kommt später mein Haus hin. Du brauchst einen Eisenbaden, kannst du gleich sagen. Dann machst du ein Feuerzeug. Um das Feuerzeug herum machst du... Du musst jetzt zuhören, Nina. Konzentriere dich. Ja, ich konzentriere mich. Ich bin richtig da. Um das Feuerzeug herum machst du Bruchstein. Dann kriegst du einen Magma-Block. Und den Magma-Block schafft es dann du zusammen mit dem Eimer... Bisschen romantisch, aber auch. ...der hier irgendwo liegen muss. Ich hab ihn jedenfalls nicht mehr. Und dann kriegst du einen Labe-Eimer. Das ist ein Erfolg. Okay. Das ist so easy. Kein Problem für mich. Was hast du gesagt, Ben? Ich kill dich. Nein, Ben, ja. Okay, zack. Ja. Also, Eisenbaden, bumm. Dann Feuerzeug, bumm. Dann um das Feuerzeug herumkabbel. Jetzt haben wir Magma. Und was muss ich mit der Magma jetzt machen? Mit was? Einen Eimer zusammenklappen. Mit einem Eimer? Mit einem was? Eimer ist in der Kiste. Okay. Ich hab da reingelegt. Ja. Nur noch zwei Kies. Und? Der Gambo kriegt jetzt erst den Kies-Erfolg. Kies-Erfolg. Ja, mach mal ein Gerichtsverfahren jetzt hier. Der muss jetzt wirklich mal in den Knast. Das ist doch für eine Gemeinschaft und der beteiligt sich gar nicht. Natürlich beteilige ich mich. Ich hab doch voll viel Arme abgemacht. Okay, dann sagen wir jetzt, wie man Magma-Block bekommt. Warte, warte, warte. Magma-Block mit Feuerzeug und drumherum Bruchstein. Und wie kriegt man Feuerzeug? Feuerzeug kriegst du aus Flint und Eisen. Und wie kriegt man Eisen? Eisen kriegst du aus vier Eisen-Nuggets, die du wiederum durch Kies bekommst. Boah, hä? Erstes Mal sind das neun. Das war ja schon, da fehlt ja schon das basic Minecraft-Wissen. Ach so, ja, mein ich doch. Das ist doch klar, neun. Verurteilen. Neun. Agambo ist der eine in der Schule, der nie zuhört, aber die Antwort trotzdem weiß. Ja, ohne sie. Oh, let's go. Es war doch falsch. Ja, also, dass es neun sind, ist ja klar. Ja, okay, und wie kriegt man Eisen? Ich werde es vollstrecken. Wie kriegt man Eisen-Klumpen? Ich werde es vollstrecken. Das ist unsere Todes- Das ist unsere Todes-Plattform einfach. Wie kriegt man Kies? Kies kriegst du, indem du Bruchstein nimmst. Ja, da hab ich ihn. Nein, du musst Erde brennen. Erde brennen. Erde brennen, oder? Nein, das ist falsch. Ich hab ihn. Ja, Ben, aber jetzt hier auch alles aus dem Pfeffer kennen. Runterwerfen. Runterwerfen. Runterwerfschwaffe. Nein, nein. Runterwerfen. Ich geh hier nirgends so runter. Oh, ja. Das war's. Die Verlockung war zu groß. Ich muss aber immer noch sagen, das mit Magma und Eimer zusammencraften geht irgendwie nicht. Hör doch, in die Mitte Eimer und drüber Magma. Ah, warte, drüber. Na klar. Jo, wir haben Lava-Eimer, Ben. Nice. Droppt ihr mir mal. Hey! Die wurde anders gedroppt. Hier muss jeder ins Inventar haben für den Erfolg. Warum bin ich immer der Letzte? Bitte. Ja. Jetzt wird's halt kompliziert. Aua! Ich muss in den Regen. Candy, du Sackgesicht. Au! Aber im Regen kann mir niemand was. Okay, wir hören jetzt auf. Wir benehmen uns jetzt. Ja, okay. Ich wollte den Erfolg noch. Ey, so schlecht. Ey, das war ein perfect Timing, Ben. So schlecht. Warum ist Ben hinterher gesprungen? Weiß ich auch. Ach so. So, okay, was ist das Nächste? Jetzt wird's kompliziert halt irgendwie. Jetzt wird's kompliziert. Nein, es fehlt eine Kuh. Keine Ahnung, wie das geht. Wir brauchen fünf weitere Setzlinge und Knochenmehl. Also Knochenmehl geht vielleicht. Setzlinge ist easy, aber Setzlingarten, das kriegen wir nicht so schnell. Setzlingarten? Ja, ja. So lange kann ich nicht warten. Also Knochenmehl ist kompliziert. Boah, das war stark. Ich würde dazu raten. Ja, also das sind jetzt komplizierte Dinge. Die Folge zu beenden, Leute. Das sind jetzt komplizierte Dinge. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Candy, Gambo und bei Banks vorbei. Schaut bei mir vorbei. Steht kurz vor zwei Millionen. Ich steh leider nicht kurz vor der einen Millionen, deswegen müsst ihr unbedingt abonnieren. Yeah, Leute. Abonniert oder Gambo wird auch euch von der One-Doc-Insel runterschmeißen. Genau. Haut rein. Unheimlich. Chassi.